Hi Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, ich werde gleich abgelesert, so meine Leute, ich habe privat schon angeschaut und getestet, wie das ganze hier ist und ich habe das irgendwie verstanden, denn, habe ich schon mal gesagt, dass der Inshambul ist. Ich liebe Shamanu. Wirklich, das beste was es ist. Oh ja, das wollte ich direkt wieder. Es gibt ja auch im originalen Teil. Was sind da eigentlich so großartig? Das würde mich nicht interessieren. Und warum ist der, ich glaube, ist der eigentlich überall bei Junius. Ehrlich, ich bin schon wieder verreicht. Überall ist Mario. Ehrlich, überall. Picher, die sich mit Mario abschießen. Dosen, die da rumliegen. Da legt man Mario auf den Boden. Was für ein Geier geschieht hier? Ist das eine Ansprung wegen Patrick oder was? In dem Meme, keine Ahnung. So, da hoch. Hallo und, ey komischer. Oh liebe Roboter. Was ist die Sprache? Alter. Da. Haha. Ich habe die Kaubi. 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 Genau. Kaubi. So. Äh. Jetzt gehen wir da lang. Ich habe ihn extra drin, damit ihr seht. Und ich... JUMPEN! RUNKUN! OUCH! 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 Strahlendweiß! Strahlendweiß! Wieso ist das jetzt? Ich habe aber noch nicht alles gekauft. OUCH! 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 Ne! Schon wieder zu End! OUCH! 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 Ich könnte es jetzt schon kaufen. Allerdings... ...wür ich gerne... ...erst mal, dass wir den, ähm... ...wieder aufgabefertigen wollen. Und die zwei. OUCH! 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 Auf den Kopf! Und nicht aufs Entflug. Let's go. Wir heben ab. Kommt wieder ein Hund. Und ich fahr schon wieder runter. Oder wir gehen doch wieder zurück. Weil ich möchte, dass ich mich hier nicht bis der Quäbz. Wir können ja immer noch da lang gehen, okay? So. So. Zack. Mann! Ich mag das Spiel. Ehrlich? Ich will Jododak. Wie kann er nicht zurück? Doch, natürlich. Irgendwie kann ich es gar nicht so spiel. Keiner. So. War es beim Originalteil eigentlich raus? Hallo Hundetyp. Tschüss Hundetyp. Tschüss Hundetyp. Tschüss Hundetyp. Tschüss. Okay. Bin ich so halt ein aufgegoscht? Doch okay. Ich will herauf so sehr beschließt. Vielleicht ist es jetzt dumm, dass wir zurückgehen würden. Aber die Mission von den Quäbz, bin ich halt schon. Der Roboter hat Boom gemacht. Der Roboter hat Boom gemacht. Genau. Der Roboter hat Boom gemacht. Fahrt wie ein Fels. Okay. Ähm. Dieses Ding. Müssen wir jetzt nach da hinten lernen. Ich habe das nämlich schon versucht. Was ist gut? Jetzt. Hedwig. Hedwig. Hedwig Star, Alter. Ich fühle mich ja wirklich wie ein Star. Du musst mal schießen. Er schießt nicht. Ist das Ding jetzt oben? Übrigens Leute. Ich hätte auch einfach nur. Äh. Durch eine Kiste gekümmert. Weil ich das Ding schon gemacht habe. Aber das wollte ich nicht vorn halten. Wieso kommt jetzt die ganze Zeit diese Scheiße? Ich will doch einfach nur sterben. Danke. Leute. Wieso funktioniert dieses Checkpoint? Jetzt muss ich nach hinten wiederholen. Aua. Okay. Ich muss da lang. Wau. Okay. Jetzt erst in die Kiste. Abbeschließen. Und jetzt. Ah. Lasertür vernichten. Er mich gefühlt abstechen will. Äh. Wo ist das Checkpoint? Checkpoint. 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 So. Jetzt. Den Typen nehmen. Und funktioniert. Ja. Ich hab's kapiert. Bekommen wir jetzt ein Eis? Ich bin total sportlich immer da. Wenn die mir das Wort bitte erklären. Sorry. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ich glaube wir werden ihn jetzt ein Eis machen. Oh oh. Der macht gleich Bob. ... Hey. Du mal hat Kinkgeflot. Et? ... ... ... ... ... ... ich will doch einfach nur darüber werfen wieso geht das wieso es gibt keinen sinn wirklich nicht kann ich sagen dass ich ein versuch gebraucht habe wenn auch wieder 100 bitte wer auf den boden werfen da kannst du werfen ich habe auf den gleichen knopf so ich meine tastatur film wollte ich sehen also dieses ding hier ganz ehrlich ganz ehrlich nur Blende euch jetzt ein, dass das vorhin funktioniert hat. Ehrlich. Ich mach das jetzt. Ich will jetzt hier nicht als Depp da stehen. Diese G-Satz ist mehr. Eine Ahnung. Ehrlich. Hey, was ist gerade geschehen? So, und jetzt Checkpoint. Wo ist die? Ja, der Checkpoint. Eigentlich hat hier von Mr. Cap's drin. Ach so, dieses Ding kann man gleich drin stellen. Oh. Einen haben wir schon mal. Und jetzt, Leute, holst du einfach ab in den Karton. Los. So. Ich hoffe, dass eigentlich mal ein Checkpoint gemacht hat. Ich drück drauf. Wirklich. Ja. Ich habe es vernommen. Ich habe es vernommen, das ist mein... Wie ist es wohl nicht immer hier? Oh, das ist recht. Hier ist der Däpfchen Dienst. Mal, ich will schon ein anderes Ding. Oh, okay. Da mache ich halt das, was so spielen würde. Ist auch okay. Auch wenn es vorhin funktioniert hat. Ist auch okay. Alter. Das Spiel macht mich aggro. Ehrlich. So, den machen wir sehr viel Platz. Okay, Spiel. Oh. 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 Bei mir ist. Oh. Oh. schon viel besser ja wir können die spawner endlich zerstören jetzt müssen wir nur noch eine sache machen die vorhin außenlos funktioniert hat wie sonst seid einer bloß gesagt sagt mir nicht dass sie sich jedes mal zurücksetzen und sterben bitte wenn das jetzt stimmt ich weiß es nicht ok dann stellen wir es jetzt an die Ecke und werfen wow hat das super funktioniert hey wir können wir kriegen da nichts ok theoretisch könnten wir sehen unendlich viel Geld bekommen nur muss man ran das war der Felschen was ist bist du jetzt hallo ich wollte ja dann kommen wir zurücksetzen so überlegt wie der normale Weg wäre wenn er keine Doppelsprünge macht wir müssen das 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 gefühl dass dieser Plan nicht funktioniert mit dem sprung können wir auch wir können ja vielleicht das einfach mal probieren naja wir können ja nicht springen ja wir können ja auch nicht auf die Kiste hier wird es und nicht mehr ich weiß es nicht warum wirft er nicht ist das oder was ne ich bin schon wieso spaw ich eigentlich wieder hier wenn mein Checkpoint x Millionen Meter weiter weg ist ja weg mit deinem so das ging doch und natürlich und natürlich gehen die ganzen Teile wieder zu gut so glänzend will das Spiel mich provozieren ernsthaft spüren ernsthaft ich schaue mir jetzt die alte Aufnahmen an und guck ich das kann bei der anderen Aufnahmen habe ich es innerhalb von zwei Minuten geschafft ich habe das Ding genommen bin aufs Blatt gegangen hä was mache ich denn jetzt alles da warte da liegt er ich habe ihn genommen ja und habe ihn geworfen ich habe ihn einfach nur geworfen und jetzt will man das Spiel sagen ich kann nicht mehr werfen ok ich speichere jetzt einfach mal das Spiel und starte es nur keine Ahnung ich kann es euch nicht sagen ich weiß es nicht beenden so jetzt sind wir wieder im Spiel ja mit ja werbung ja dafür nicht bezahlt so jetzt bin ich wieder hier aus irgendeinem Grund bin ich wieder hier jetzt probieren wir das ganze ja jetzt sterbe ich schon in den einfachsten springen geil ja normalerweise sollte ich hier gar nicht spawnen das Spiel ist verbar und es macht super Spaß das Spiel macht wirklich ich bin schon wieder gestorben na na so nur auf sein Schild und der Hund war ich mich natürlich runter oder was auch immer das für ein scheißfes ich übersteuere gerade Kumpel sorry für jeder wir müssen echt viel zeug herum tragen der roboter hat bumm gemacht ja nicht wirklich das ist so 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 Tut mir leid, ich hab noch nicht alle drei T-Kills, Mr. K... Ich bin sicher, du findest ihn auch. So. Ich will jetzt. Er kann grad eh nicht wissen. Hart wie ein Fels. Aber ich hab mir zugestanden, ne? Und jetzt einfach B. 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 Hallo. So kann ich hören. B. 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 B.